Hallo, herzlich willkommen YouTuber und Commander Gregor und herzlich willkommen zu einem kleinen FIFA-Match hier gegen Los Robertos. Schrei mich nicht so an. Los Robertos, aka Biggest Spacko, hat mir gerade eben ein Angebot gemacht, um 17k zu spielen. Ich habe dieses Angebot abgelehnt, weil ich euch versuchen wollte, was Attraktives zu zeigen. Bei 17k wird hier gespielt wie Hulle. Ja, dann wird hier, ich weiß gar nicht, war das die letzte Aufnahme, wo ich auch so ein bisschen auf Hulle gespielt habe? Wie hast du die Kommentare gelesen? Ja, natürlich. Ja, natürlich nicht. Ja doch, nee, ich habe ein paar gelesen. Ja, auch viele ignoriert, ne? Nein. Ignoriert nicht. Vielleicht dann irgendwann keine mehr gelesen. Ja, weiß nicht. War da irgendwas, was ich auf jeden Fall hätte lesen sollen? Du bist ziemlich kacke. Ich meine, wer so zwei Tore geschossen hat, so wie die bei dir gefallen sind, also Prost Mahlzeit, ey. Ja, genau. Ah! Oh! Ja, Marco Reus, ne? Da ist er wieder. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. So, ich habe auch dem Robert vorgeschlagen, dass wir hier mal gemütlich hier unten alles schön auf totaler Angriff machen. Ja, ja, genau. Wollte aber nicht. Ja, ohne Scheiß, wenn du nur so gewinnen kannst, wenn die alle auf totalen Angriff machen, ja. Ja, das war so klar, dass der Pass da kommt. Der Aubameyang. Ich will halt auch ein bisschen was ausprobieren. Zum Beispiel der gute Genehmeherr Azou auf der ZOM. Mit dem habe ich noch gar nicht gespielt. Der hat zwei. Das will ich ausprobieren, weil du einen Spieler reinmachst und sagst, ich will mal was ausprobieren. Ja. Das heißt nicht ausprobieren, oder? Oder? Ich will mal was ausprobieren, wie so ein Steilpass hier ankommt. Ja, und? Kommt nicht an, ne? Scheiße. War kacke. Aber Steilpass sind echt schwul. So. Ah, ist das ein Krepel hier, ey. Müller-Junge. Mann. Freddy Bocke. Spruch das Ding. Hoppala. Nein. Raphael hat ein... Mhm. Gut. Nimm ab da. Ey, Junge. Easy. Oh, ein Haken zu viel. Der Löhres. Reinkreten. An der Position... Alter, scheiß. Mann, ihr habt schon nach rechts gehalten. Ja, der ist verwirrt, der Marco. Haben sie recht schwächer gemacht. Ja, ich bin hier gewonnen jetzt. Der Löhres, den... Warum? Warum sollte der Pille gewonnen sein? Krafttäter. Mann. Alter, ich komme nicht raus. Warum geht der nicht richtig auf die Seite? Aluminium ist... Oh, kein Tor. Richtig. Konstant stark. Alter. Merk richtig die Silberspieler. Ohne Witz. Ja, der kann nur laufen. Ja. Kann er nicht. Dribbeln und so. Wobei. Steven Gerrard, ey. Die Silberspieler. Hat der da einen Silberspieler drin? Drei. Den hast du noch drin? Oh, Kuche. Das stimmt. Und warum? Weil der schnellste Innenverteidiger... Nein, das stimmt nicht. Der zweitschnellste. Nur mit Shiriches und Mangala war ich nicht so zufrieden. Deswegen habe ich nach einem anderen gesucht. Und der ist gut. Weil der hat auch eine gute Physis. Der lässt sich nicht durch jeden Kack umhauen. Wohin denn, Mann? Alter, das sind Pässe. Und der stört mich immer beim letzten Pass. Oh. Ja, da muss er... Darf der Rom aber auch mal meckern, ne? Da darf er nicht mal fallen lassen hier. Ist das schon dazu? Was ist denn das hier für einer? Wir wollen auch wieder hier... Dazu halt. 92 PS. Achso. Brauche ich aber nicht. Bringt vor allem auch nix. Die Pässe nicht ankommen. Kommt, Axt. Hallo. Freistoß, ja? Kiri. Ja, da kann man auch mal Gelb geben. Hat der denn nicht schon Gelb? Der hatte doch schon Gelb, der Müller. Vor vier Monaten. Vor vier Monaten. Da wolltest du gar nicht hinpassen. In der Tat. Schön. Ah, neuer Mann. Einer. Einer darf da hin. Da. Bei Gelegenheit auch einer. Die Herrschaften da. Na gut. Oh nein, nicht da hin. Nein, Junge. Jetzt spiele ich schlecht. Das ist korrekt. Das Problem ist, du spielst auch nicht besser. Ich hatte zumindest schon mehr Chancen. Klasse. Junge. Das Spiel gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Was du da für ein Essay-Pass-Spiel hast, ist echt schwierig. Raus mit dem Schweini. Witzig gefällt mir auch irgendwie gar nicht hier in dem Spiel. Ja? Witzig. Elber. Ja, morgen vielleicht. Ja, warte. Da kann man Elber geben hier. Ja, kann man auch lassen, ne? Junge. Junge, wer war das denn? Komm mit. Robert. Du willst doch die Zuschauer auch unterhalten, oder? In der Tat. Ja, aber mit der Scheiße, die du da machst. Daher kommt jetzt erst mal eine Botze. Ach, Junge. Da bin ich so verkrampft, Robert. Ich bin nicht verkrampft. Doch. Die scheiß Pässe kommen noch nicht an. Jetzt stell dir vor, das hätten wir um 17k gemacht hier. Ja gut, dann hätte ich aber auch nicht die Mannschaft genommen. Dann hättest du noch ein bisschen Passiver gespielt, ne? Ne, überhaupt nicht. Hätte ich gar nicht nötig gemacht. Dann hättest du ein Offensiv-Bollwerk abgeliefert. Mann. Rot. Boah. Ja. Ja, das ist halt meine Mannschaft. Meine Ausruhm-Mannschaft. Wenn mein Arcade komplett im Arsch ist. Come fly with me. Warum? Warum lenden die da einen Müller ein? Das ist auch so was, weil ich nicht raffe. Okay, das ist Ribery ein bisschen zu klein. Da fehlt es einem Lukaku. Etwas an der Ausstärke. Da fehlt es dich mal. Boah, ist das widerlich. Oh, Kore, mein Freund. Oh, Kore. Silberspieler regelt. Nein. Nein. Jawohl, Marco. Ding, 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 ding. Ding, 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 roi, sie. Ja. L1-3. Einmal die Fahrgarten, bitte. Schuss in die Mitte auf Luris. Der kann ihn nicht halten. Genau nochmal. Ist klar. Reicht. Stimmt. Das ist ja viel schöneres Tor. Das habe ich nicht gesagt. Und das ist widerlich. Ist das etwa der neue Mann? Der gute Christian Asou. Er hat sich jetzt schon direkt gelohnt. Die 3,50 Mark, die ich da an ihn investiert habe, in den Kollegen. Jawohl. Welcher Schwanz. Dam-di-dam-di-dam-di-dam-di-dam-di-dam-di-dam-di-dam-di-dam-di-dam-di-dam-di-dam. Ja, da kann ich mir die Vorlinietechnik nehmen. Das sieht mir so aus. Wir müssen uns mal angucken, was der Luris da macht. Der Kopf vom Luris über die Linie ist. Macht der da? Können wir ihm die Hände abhacken, bitte? Können wir mal eine Wiederholung zeigen von diesem Brillanten? Guck mal, das ist so geil. Präzisionsköpfe. Ja, Präzision, Alter. L2-Kreis einfach mal durchdrücken, du Spacko. Präzision. Hunderter Präzi. Ja, ja. Hunderter Präzi. Was ist denn los hier jetzt? Ah ja, der alte Mann Lukaku. Ach ja. Was ist denn los mit den Weibers? Das Spiel kann ich nur verlieren. Nur den Ball weg da! Hey, Freistoß. Danke. Auf Zuruf, Schiri. Zuruf. 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 Ab der 68. Komm da, Freunde. Alles klar. Abseits. Herr Aubameyang, Herr Aubameyang. Einmal bitte an Kasse 4. Danke. Oh, was war das denn? Ja, Jungs. Heute noch? Ich glaube, es hackt. Oh. Oh, nee. Das ist gar nicht gut. Den kann man auch mal machen, ne? Missgeburt, Rivarie. Da vertraust du auf den Franzosen, ey. Sollte man nicht machen. Mann. Nee. Nicht stehen. Uh. Können wir mal hier ein bisschen den Stollen ausfahren. Alter! Nein, Löris. Jawohl! Ich habe es schon gesehen. Der kam schon wieder einen Schritt vor. A-cha-cha-cha-cha. Ich verstehe nicht, warum. A-cha-cha-cha-cha. A-cha-cha-cha-cha. Halt, wechseln. Mann. Kannst du weiter drücken? Du kannst nur mal schön die Klappe erstmal halten, ja? A-cha-cha-cha-cha-cha-cha. Ja, okay. Ich muss dann mit den Franzosen nochmal so halbwegs... Oh, du nix. Der schießt einfach in die Mitte, der Junge. Der hat... Nur am Grätschen, die Sau. Ha-ha! Nein. Grätsch doch! Du grätschst nicht! Das war so... Also, du wolltest hochpassen, ne? Du Miesi. Habe ich schon... In deinem Auge habe ich das schon gesehen. Jetzt hau ab da. Wo ist er? Da ist der freundliche junge Mann aus Schweden. Nein. Nein, komm schon! Mann! Wo ist der freundliche Mann aus Schweden? Na, da war er. Da läuft er. Der charismatische Junge. Nein! Ja, ja, ist klar. Ach, komm! Mann! Oh! Hab ich dran gewissen, ne? Boah, du hättest du gekotzt. Aber richtig. Was? Weil der Typ einfach so schießen kann, wie er will. Er schießen kann, richtig. Ibra Wopperlof. Dieses Gegrätsche ist einfach so kacke, Junge. Esa! Das ist der Ibra Wopperlos. Der Ibra Wopperlos. Das ist der perfekte Spieler für dich, ey. Du musst nichts machen. Du musst nichts können dafür. Ibra Wopperlos. Der Ibra Wopperlos. Der Wopperlos. Weil 1-3-Eck und er muss nichts dafür tun. Er muss ihn reinmachen und er macht den Wopperlos. Das ist so widerwärtig, ehrlich. Das ist widerwärtig. Alter, ohne Witz, ne? Freunde. Alter, was ist denn los jetzt hier? Guck es dir an. Er kann nicht spielen. Weißt du? Totaler No-Hand, der Typ. No-Hand. Aber. 4 Butzen. Es gab damals mal im Film 4 Fäuste für ein Halleluja. Mit der Bud Spencer. Mann, Alter. Was spiele ich für eine Rotz jetzt hier? Ja, ja. Zack. Da kann man mal wegrätschen hier. War das sauber? War ja sogar sauber. Ich weiß nicht, was der Spieler da macht. Komm her. Schätzelein. Nein! Da ist noch was drin. Kommt, Jungs. Nein. Hör auf, Robert. Lass das. Das wollen die Zuschauer nicht sehen. Meinst du? Dann bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt spiele ich Kacke. Boah, jetzt. Hab's halt Spook gesehen. Kann man auch mal Freischuss geben, ne? Ja. Geh doch hin, Mann! Lauf, David. Find's aus. Gib her, die Kacke. Schnell. Ich hab keine Zeit. Pies dich. Mann. Ja, ja. Hm? Na, kostet Zeit. Alter Schwanz, ey. Bin getroffen. Findest du echt nur das? What? Einmal Ampelkarte. Ah, nee. War ja nicht so mit Ampelkarte und Reus. Ich weiß nicht, ob er... Hat er vielleicht nicht aufgepasst. Bei Rot musst du stehen bleiben. Fand ich jetzt ein bisschen übertrieben. Mann, du. Bei mir steht da keiner, weißt du? Guck dir jetzt... Guck mal, wie er rumpimmelt. Was denn? Ich bin nicht zur Eckfahne gelaufen. Sieg! Sieg, Freunde! Sieg! Misshandelt den Like-Button, Freunde, für diesen Sieg! Robert, sagst du noch was? Ja, Ibrahimovic kann mir immer noch am Arsch lecken, Alter. Du musst nichts dafür können, ey. Das ist der Ibra-Dawapalos. Aber bei deinem Sweaty musstest du so viel machen, ne? Ja, die Situation noch ausspielen, richtig. Bei deinem Reus-Tor schießt du in die Mitte. Original Löhres lässt ihn einfach nur abprallen und du hast einen Nachschuss. Okay. Aubameyang, schickes Tor. Kannst du aber so machen, ist okay. Repairie, 100 Löhres. Was soll die Scheiße? Und L1-Dreieck-List grüßen. Aber ich, naja. Es ist okay. Ich seh's ein. Ich seh's ein. Ich hab nicht gut genug gespielt. Es wär auch unverdient gewesen, wenn ich gewonnen hätte. Deinem Schuss! Ich hoffe, noch ein paar Sympathie-Punkte zu sammeln. So, Gutschuss, euer Komata. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und schon wieder keine Kohle für den Robert. Ja, pff.